Thema Schutzhütte am Wehrberg. Hier ist der Ausguck-Wehrberg, also ohne Schutzhütte. Da hinten steht eine Schutzhütte, komme ich da hin, hat mal gestanden. Wäre gut, wenn wieder eine stehen würde, die sie weggerissen haben. Wenn dann bei solchen Temperaturen und Schnee und Wind, Eiseskälte jemand Schutz sucht oder Regen und hier wandert, ist er froh, wenn er irgendwo im Trockenen mal windgeschützt für fünf oder zehn Minuten Kraft schöpfen kann, bei einem Tässchen Tee. Warum diese Schutzhütten weggebaut werden, ohne Ersatz, entzieht sich meinem Verständnis und ist zu monieren, natürlich. Ich komme gleich noch mal dazu.